Streifzug durchs Netz liegt jetzt an. Sehe ich richtig? Sehe ich richtig? Völlig. Ich würde mich heute auf Tiervideos festlegen und habe eines aus Korea. Da geht es um einen Hund. Und das zeigen wir mal eben kurz, was wir da gerade auf meinem Monitor sehen. Denn das will ich mir natürlich übersetzen lassen, was darunter steht. Und das heißt, sagt der Google-Übersetzer, ich würde Essen und Essen-Wassermelone-Eigentümer nicht woran sprechen. Also im Grunde ist damit schon viel vorweggenommen von dem, was im Video passiert. Dennoch würde ich es gerne zeigen. How far did you get to, Don? I have to go. How would you like those to be your father's last words? Well, it might be. Donna Bromstead's husband is a cop. Boyard. Lilly? Hello? Lilly? Ich muss oft am Hundetisch essen und kenne dieses Phänomen, dass Hunde immer sehr gierig auf das gucken, was man da gerade so verspeisen möchte.